um so meine leute im Weg kommen wir hier zurück zu einem neuen Partys mal gucken auf die Uhr wir uns 24 Uhr und dann kommen wir mal mit dem schönen Karre hier oben müssen ja gedrückt halten damit meine schlussknacken können verdammt lange nicht mehr gemacht ganz aus der übung hat fort ja das muss man sagen mal nö und dem haben wir uns kurz kurz raus denn wir wissen da freut sich ja zu uns ja ähm jetzt kommen wir zum neuen Part äh die Karte ist jetzt mal nicht schweig das muss man sagen mal prüfen wir sowas kannst du nicht mit dem Haar ja ja ok ja dann würde ich mal sagen hat der Mensch ist schön geflogen was du auch weit bist im Dock ach ihr wollt mich doch freuen ja ihr wollt mich doch freuen ach ich merkte die 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 ich kann mich mal halt da wenn man davon noch Geld kriegen Respekt das ist die einzige Sache, die wir heute in den Karten bekommen die wir mit herfahren weil, wie gesagt, der Fahrtrock ist... ist schon... ja, da war... ich kann sagen... Ups... ganz schön Verfolgung von Rasa aufgenommen Alles klar gut normal Da kommt zu seiner Reihen gerasselt durch Cassini Herr, ja So, vielleicht will ich den Menschen mitnehmen und niemand kenne mich Er hört auch, wie ich hier ein bisschen mit dem Testen vielleicht umarbeite Ich weiss, ist ja nicht gerade was es hier ist Ja, oder? Heil Polizei Ja, hallo Hallo, meine... Hey! Stehen bleiben! Oh ja... Mann, ich schieb! Ah, fuck! Ah, fuck! Gut, Leute, dann geht's mal wieder neu weiter Scheiße! Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie hier? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Guido, du bist ein Genie! Diese Babys ist nicht willig! Ich bitte für den hier! Rück Derrick mindestens einen Riesen raus! Okay, bring das Baby zu Derrick! Ich bin gut! Bis dann in der Bar! Wo ist denn der schon weg? Wir sind ihn nicht einmal! Was ist denn das für den Dreck? Was ist denn das für den Dreck? Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo runterkommen? Ahhhh... Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo runterkommen? Wir versuchen jetzt mal wieder zu bauen Jetzt merken wir mal wieder, dass ich kein Geld mit habe Also auch kein Geld mit hat Ich sitze das in meiner Tradition Was schön? Ahhhh... Ich lass mich ja mal wieder sein So... Ich weiß gar nicht, ob die in diesem Dreck dass da hinten kein Geschickssitz ist Aber... Sag mal an Das würde mich jetzt mal interessieren was ist, was er beim Kopf ist Ähh... Oder so? Ahhhh... Im Gehtail! Der hat mich angerammelt Und.. Fahrradflug, der Fahrradung aufgenommen Ach, was ist denn? Öffa! Ein bisschen Geld! Oh, ich hab' den Dämmer gemacht! Anhalten! Befolgung von Raser aufgenommen! Alles klar! Ja, warum? Ich hab' den Dämmer zur Seite! Verkläre den Garten! Der Bahn muss ganz ankommen! Wir müssen in die nächste Werkstatt! Ach so, die Werkstatt ist schön! Nee, das muss man ja dann bestimmt wieder selbst zeigen! Wir müssen mal warten! Wir müssen mal warten! Wir müssen mal warten! Ich hab' den Dämmer aufgenommen! Wir müssen nachdenken! Wir müssen nachdenken! Alles klar! Und dann Có! Ich hab' den Dämmer haben! Wir müssen nicht die Zellung! Wir müssen sich kurz aufbauen! Ich fahre jetzt mal gerade aus dem Weg. Oh, fuck. Das wird was kosten, Sir. Ja, gut, los, 50 Zahlen, ab geht's, rein in den Wagen und wir wieder weiterfahren. Danke, Officer. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ja, dann mach mal ruhig, okay. Ach, der Wagen ist auch noch nie kaputt, ey, ganz. Warum hab ich hier, ach so, 50 war es ja, genau. Eigentlich ist mir nicht, der Polizei ist hinterher schießen. Sag mal, bist du schwul oder was? Der hat mich als, äh, bissl andersseitig bezeichnet, deswegen schleiche ich den jetzt grad ein bisschen kauf. Ach, ach, ach. Lass mich doch... Warum, man schlägt hier jemand, geht die erste Teil und guckt hier, können gar nichts. Also, man kriegt kein Geld, irgendwie... So, ich will das nicht... Uff! Die Polizei, die kann nicht aufmachen. Alles klar. Die Polizei, die kann nicht aufmachen. Die Polizei, die kann nicht aufmachen. Bio-Auf! Ja, mach auch! Warum? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.